Du möchtest wissen, ob der Finanzen.net Zero Broker was für dich ist? Dann bist du in dem Video genau richtig. Ich habe mir das Produkt mal ganz genau angeschaut. Zur Transparenz natürlich noch. Die Firma ist auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich das Ganze mir mal anschauen würde. Aber diejenigen von euch, die mich schon länger mitverfolgen, wissen natürlich auch, ich mache solche Kooperationen relativ selten. Wenn ich das Ganze mache, also wenn ich ein Produkt für wirklich lohnenswert finde, sich das Ganze mal anzuschauen, dann wirklich nur zu meinen Konditionen. Sprich, ich möchte genau das sagen, was mir eben vor allem auch nicht gefällt an dem Produkt. Und auch das werde ich in diesem Video machen. Also sprich, ich muss nicht irgendwie euch in irgendeiner Weise beeinflussen. Ich muss nicht sagen, dass alles nur gut ist und dass es nichts Negatives gibt. Das werdet ihr auch im Verlauf des Videos merken. Wenn ich mit einer Funktion oder mit einer Tatsache nicht zufrieden bin, werde ich das genauso ansprechen wie mit Sachen, die mir wirklich sehr gut gefallen an dem Broker. Nur, dass ihr das auf jeden Fall schon mal wisst. Trotzdem handelt es sich um eine bezahlte Kooperation, mit der ich natürlich die Arbeit auch auf meinem Kanal dann finanziere. Ich werde euch heute nicht nur die Sachen zeigen, die man auch kennt, wenn man den Broker hat, sondern ich habe auch einen Fragenkatalog an finanzen.netzero geschickt und werde euch heute auch sogar noch einige Insights geben, was soll in der nächsten Zeit alles geplant ist, was kommen wird. Es wird also wirklich sehr spannend. Du solltest das Video unbedingt bis zum Ende schauen. Denk auch dran, wenn dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben dafür da und wenn du neu auf dem Kanal bist, herzlich willkommen. Lass gerne ein kostenloses Abo da, wenn du keine neuen Aktienvideos, News und Analysen mehr verpassen möchtest. Der Broker von finanzen.net ist nicht nur von Stiftung Warentest geprüft, sondern hat auch wirklich einige Auszeichnungen mittlerweile gewonnen, unter anderem von Börse Online, NTV, XTRA ETF und hat eine wirklich sehr hohe Bewertung bei Trustpilot. Trotzdem müssen wir uns das Ganze natürlich aber selber anschauen. Als erstes gucken wir uns das Preis-Leistungs-Verzeichnis an und wenn man da natürlich viele Nullen sieht, dann lässt es die Herzen von vielen Sparfüchsen unter euch natürlich höher schlagen. Meines natürlich auch. Also sprich der Kauf, Verkauf von Aktien, ETFs, Fonds über den Handelsplatz Getex, der kostet 0 Euro. Auch die Käufe von Kryptowährungen kosten hier nichts. Es gibt lediglich einen Mindermengenzuschlag bei Orders, die unter 500 Euro Kurs wert, also sowohl in Aktien als eben auch ETFs oder dann Kryptowerten hier liegen. Also sprich ab 500 Euro bezahlt ihr dann gar nichts. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Vorteil gegenüber anderen Neo-Brokern, bei denen ihr entweder als mal dann auch 1 Euro bezahlen müsst oder sogar ein monatliches Abo dann habt. Also das Ganze gibt es hier dann eben nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal einer der positiven Aspekte. Dann gucken wir mal weiter im Preis-Leistungs-Verzeichnis. Sowohl Depot, Verwahrung als auch Kontoführung kostet ebenfalls nichts. Schriftliche Aufträge, ich glaube das macht heutzutage keiner mehr, würden aber 25 Euro kosten. Ausübung von Optionsscheinen, Wandelrechten, Zertifikaten, die kosten 0,2% vom Kurswert. Und der Aufschlag, also sprich der Spread auf den am Handelsplatz gehandelten Kurs beim Handel von Kryptowerten, der liegt hier bei maximal 1%, also auch das ist ein wirklich sehr fairer Wert. Die Führung des hauseigenen Wallets, die kostet euch ebenfalls nicht. Und Abwicklung, Unterstützung, zum Beispiel von Forks oder Airdrops, das übernimmt Tangany, das kostet euch ebenfalls dann nichts. Die Wallet, da werde ich euch auch im späteren Verlauf noch etwas mehr dazu sagen. Als erstes gucken wir uns aber mal an, welchen Handelsplatz gibt es oder vielleicht sogar mehrere. Nee, es gibt aktuell lediglich den Handelsplatz GetEx, der ist natürlich auch bekannt, weil es ihn ja auch bei anderen Brokern dann hier gibt. Hier könnt ihr aktuell 6.000 verschiedene Aktien handeln, es gibt 4.000 Fonds, über 1.500 ETFs und ETCs. Davon sind 600 ETFs und man hat hier viele Kooperationen mit wirklich sehr namhaften Anbietern, wie beispielsweise WisdomTree, Vanguard, DWS, iShares oder Amundi, also wirklich so mit die namhaftesten Anbieter sind hier dann wirklich mit dabei. Also da bekommt ihr dann auch eigentlich so ziemlich jedes bekannte, vor allem eben ETF-Produkt dann. Ja, bei den Handelsplätzen ist natürlich schade, dass es jetzt hier lediglich GetEx dann gibt, denn wie viele von euch, also die etwas erfahrener sind, wissen natürlich gerade etwas exotischere Aktien, die findet man dann häufiger nicht auf GetEx, also sprich etwas vor allem so kleinere, also so Small Caps gibt es viele nicht. Und da rede ich jetzt auch nicht nur unbedingt von Ländern, die etwas exotischer sind, also so irgendwie kleinere asiatische Länder, also auch teilweise wirklich bekanntere amerikanische Small Caps, die gibt es dann hier eben leider nicht auf dem Handelsplatz. Ich habe nachgefragt, ob hier etwas in Planung ist, also sprich mit neuen Handelsplätzen. Zum aktuellen Zeitpunkt gab es aber nichts Spruchreifes, also in absehbarer Zeit wird es hier dann also bei diesem Handelsplatz bleiben. Natürlich ebenfalls wirklich sehr wichtig für viele unter euch sind Aktiensparpläne. Aktuell bietet Finanzen.net Zero 100 verschiedene Aktien hier an, die ihr ab 25 Euro besparen könnt. Da gibt es natürlich mittlerweile Anbieter, die deutlich mehr Aktiensparpläne haben, allen voran Trade Republic oder Scalable, also teilweise ja sogar über 2000. Da habe ich auch nachgefragt, hey, wie sieht es aus, ist da mehr geplant? Also man hat mir bestätigt, mittlerweile können sie sogar auf Anfrage schon neue Aktien mit reinnehmen. Das besprechen sie dann mit der Baader Bank, die hier die depotführende Bank dann hier eben ist. Und es ist da auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen mehr geplant. Aktuell gibt es leider nur einen Ausführungstag, den ihr auswählen könnt. Aber auch das steht bei ihnen auf der Roadmap, dass das also in absehbarer Zeit dann als neue Funktion kommen soll. Dass man also hier nicht nur an einen Ausführungstag gebunden ist. Denn vielen ist es natürlich wichtig, dass man hier zum Beispiel eben nicht nur am ersten, weil das höre ich immer wieder, dass gefühlt am ersten oft so zu den höchsten Kursen gekauft wird oder am ersten die Börsen allgemein relativ gut sind, weil da viel Geld in den Markt fließt. Aber auf lange Sicht gesehen sollte das eigentlich wirklich keine Rolle spielen. Trotzdem für diejenigen, die es wichtig finden, ist es natürlich interessant zu wissen. 25 Euro ist, finde ich, auch jetzt so von der Mindestsparrate ja wirklich schon ein relativ niedriger Ansatz. Auch da gibt es natürlich Broker, die schon niedrigere Einstiegsraten dann haben. Ich finde aber persönlich jetzt 25 Euro wirklich schon einen relativ guten, überschaubaren Rahmen, mit dem man dann hier seine Aktien besparen kann. Welche Aktien es gibt, da werden wir uns nachher auch nochmal ein paar dann natürlich anschauen. Einer der großen Vorteile, die Finanzen.net Zero mitbringt, ist die wirkliche nahtlose Integration in drei der wohl bekanntesten Plattformen, die vor allem natürlich fürs Trading, aber zum Beispiel auch für die Fundamentalanalyse bekannt sind. Und zwar sind das Traderfox, Stock3, die ja auch schon von mir ein langfristiger Kooperationspartner sind, und Trading View. Also wirklich mit wenigen Klicks könnt ihr da euer Depot von Finanzen.net mit diesen Plattformen verbinden und vor allem natürlich für Traders, das ist ein hochinteressanter Punkt, den man nicht verachten sollte, da es hier solche umfangreichen Integrationen, also gleich mit mehreren Partnern, also wirklich selten am Markt gibt und das wirklich einer ihrer großen Vorteile ist. So, nun wollen wir uns aber mal die Plattform und vor allem natürlich den Broker von Finanzen.net näher in live dann anschauen. Hier seht ihr mal, wie die Desktop-Version aussieht. Ich habe selber bereits zwei Einzahlungen vorgenommen, damit ich euch auch berichten kann, wie schnell das Ganze geht. Jedes Mal war es bei mir am nächsten Werktag dann bereits auf dem Depot mit drin. Das ist für viele natürlich auch wichtig, dass man hier also wirklich schnell reagieren kann, wenn man sein Geld einbezahlt. Ich habe auch schon einen ersten Trade hier getätigt und zwar im Krypto-Bereich, dass ihr auch mal das Wallet dann seht, also quasi live und in Farbe. Ich habe hier vor einigen Tagen mir Bitcoin gekauft für 500,01 Euro, damit der Mindermengenzuschlag hier nicht anders dann reinkickt, wie man so schön sagt. Nee, natürlich muss das ja dann eben nicht sein, so als Testkauf, dass man dann hier eben dann noch den Zuschlag bekommt. Deswegen habe ich hier für 500,01 Euro gekauft. Und dann seht ihr das Ganze hier in der Krypto-Wallet drinnen. Hier muss man allerdings dazu sagen, auch wenn es sich um echte Kryptowährung handelt, diese könnt ihr nicht versenden oder ihr könnt auch nicht von außerhalb an dieses Wallet was schicken. Das soll lediglich so ein Stück weit euch den Einstieg in Kryptowährung bieten, wenn ihr daran Interesse habt. Aber aktuell ist auch nicht in Planung, dass hier demnächst dann also auch ein Versenden oder Empfangen dann hier stattfinden soll. Die bekanntesten Kryptowährungen gibt es schon hier zum Kaufen, zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Polkadot, Dogecoin ist mit drin oder die Centralend. Und in den nächsten Wochen sollen auch noch neue Kryptowährungen mit dazukommen. Und wie wir ja bereits gehört haben, gibt es eben auch hier Kryptos dann in Sparplanform für euch. Ansonsten wollen wir natürlich jetzt auch nochmal wissen, welche Sparpläne gibt es denn? Und die haben wir hier in einem Überblick. Wir beschäftigen uns jetzt vor allem mal natürlich mit den Aktien, also mit den Einzelaktien. Da sind dann Titel wie Tesla, BASF, die Gaffam sind mit dabei, auch einige deutsche Titel, Rheinmetall, Commerzbank, Mercedes, also vieles auch aus dem DAX dann hier mit dabei, Nvidia, Intel. Die komplette Übersicht bekommt ihr natürlich dann auch direkt auf finanzen.net. Aber die bekanntesten, die sind hier auf jeden Fall mit dabei. So, nun wollen wir aber auch mal einen Kauf tätigen, dass ihr seht, wie unkompliziert das Ganze ist. Ich nehme jetzt hier mal als Beispiel die Microsoft-Aktie, die wir uns hier raussuchen. Ihr bekommt natürlich auch noch jede Menge Kursdaten und Infos geliefert. Das gefällt mir natürlich persönlich immer sehr gut, wenn man hier noch sich ein paar Sachen dann anschauen kann. Die Daten sind alle von finanzen.net. Es gibt dann auch verschiedene Zertifikate, die man noch auswählen kann. Für mich persönlich jetzt eher uninteressant, da ich nur die normalen Aktien immer handle. Es gibt dann eben auch noch verschiedene Nachrichten und einen Dividendenkalender. Aber nun soll es natürlich um den Kauf von einer Aktie gehen. Dazu geht man einfach oben auf das Symbol Kaufen der Microsoft-Aktie. Dann muss man eben als erstes seine Handelssession freigeben. Ich wähle hier persönlich immer die SMS-Tandern hier dafür aus, denn ich brauche jetzt da persönlich nicht irgendwie einen Anruf oder so. Dann gebe ich meinen zugesendeten Tandern ein, den ich hier bekommen habe. Geht natürlich alles relativ schnell und unkompliziert. Das Ganze wird dann kurz geprüft. Und dann gibt man eben hier die Anzahl der Aktien oder dem Betrag ein, so wie man es gewohnt ist. Wie gesagt, Hebel oder Ähnliches brauchen wir hier nicht. Man bekommt ein geschätztes Order-Volumen angezeigt. Und sobald die Order dann hier überprüft wurde, kann man das Ganze sich nochmal kurz anschauen. Man sieht natürlich aktuelle Kurse, Handelsplatz. Und wenn man dann die Order kostenpflichtig aufgibt, da bekommt man dann eben hier die Nachricht, dass die Order erfolgreich aufgegeben wurde. Und wenn wir jetzt dann wieder ins Depot zurückspringen, dürfte dann auch in wirklich kurzer Zeit das Ganze angezeigt werden. Also hier sieht man jetzt auch Depot und Wallet mittlerweile dann eben deutlich größer geworden. Und meine Position von Microsoft ist auch schon mit verbucht und ist dann hier eben direkt über dem Kryptowallet dann bei mir zu sehen. Also man sieht es oder man erwartet es natürlich jetzt in den aktuellen Zeiten, dass das Ganze schnell und unkompliziert geht. Und das muss man auf jeden Fall sagen, das ist bei Finanzen.net Zero der Fall. Was mir persönlich wirklich gut gefällt und wichtig ist, alles relativ unkompliziert ohne irgendwelchen Schnickschnack. Also ihr seht alles eine Frage von wenigen Klicks und Sekunden. Als abschließendes Fazit kann man sagen, dass ich euch den Finanzen.net Zero Broker, gerade für diejenigen unter euch, die einen kostengünstigen Broker suchen, mit wenig Kosten, wirklich sehr einfach in der Bedienung, sowohl Desktop-Version als auch App-Version. Da kann ich euch das Ganze wirklich bedenkenlos empfehlen. Vor allem wirklich positiv hervorzuheben sind, dass man hier eben auch echte Kryptowährungen bekommt. Natürlich schade, dass man sie nicht versenden kann oder empfangen kann, aber das Ganze soll eben ein Stück weit ein Einstieg sein, aber dann eben nicht über Derivate, sondern über echte Kryptowährungen, was ein wirklich sehr positiver Aspekt ist. Und der weitere wirklich sehr hervorzuhebende Punkt ist die nahtlose Integration in Tools wie eben beispielsweise TraderFox, Stock3 oder dann auch TradingView, welches natürlich viele Trader unter euch nutzen. Und das ist auf jeden Fall wirklich auch ein wirklich sehr großer Pluspunkt. Kritische Punkte, die mir also wirklich fehlen, sind umfangreiche Aktiensparpläne. Da sind mir persönlich 100 wirklich deutlich zu wenig. Da gibt es eben bei anderen Brokern am Markt wirklich sehr viel mehr Auswahl. Da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass in der nächsten Zeit noch mehr kommt. Wie gesagt, man kann schon Anfragen stellen, dann bekommt man eben auch eventuell neue Aktien dann schon mit rein. Und was mir persönlich eben auch noch fehlt, ist die etwas flexiblere Art dann eben der Ausführung beziehungsweise auch noch eben mit etwas kleineren Summen dann hier investieren. Denn manche möchten mit Sicherheit auch eben nicht schon 25 Euro einen Aktiensparplan machen, sondern vielleicht auch eben eher schon mit 10 Euro. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir persönlich noch fehlt. Ansonsten gefällt mir der Broker wirklich sehr gut. Also sehr einfach in der Bedienung, wie ihr gesehen habt, ohne viel Schnickschnack, so wie ich es gerne habe. Und dementsprechend kann ich das Ganze euch, wie gesagt, wirklich bedenkenlos empfehlen, wenn ihr hier eine kostengünstige Alternative zu anderen Brokern am Markt dann sucht. Denkt auch dran, schaut gerne unten in die Videobeschreibung oder in den ersten angepinnten Link. Da findet ihr meinen Affiliate-Link unten, dass es für euch natürlich keine zusätzlichen Kosten oder ähnlich ist. Das unterstützt mich in meiner Arbeit damit natürlich ungemein. Ihr helft damit, den Kanal und den Content hier weiter zu finanzieren. Und da bin ich natürlich für jeden einzelnen Klick dann wirklich sehr dankbar. Vielen Dank fürs Zuschauen.